So, jetzt haben wir die Königin erstmal erledigt, so, nichts von Belangen, das hier, aber dafür bräuchte Level 12 und bis dahin ist es nicht mal mehr so lang, ja, nice, so, hier Endwinter, hier mal schauen, so, wenn es hier irgendwas bringt, so, dann schmeiße ich hier noch so ein paar Sachen drüber, so, ja, ähm, so. Ja, dann schicken wir sie mal weg hier, hat wohl nur zwei Sprüche. Okay. So. So. Ist doch behindert, wenn man die nicht richtig erkennt. Ja, nehmt's klar, ey. Ja. Ich bin da mehr hier, ich bin da. Wie, ja. Oh. Wie. Wie, ja, wie. Hat die sich jetzt Box gekauft? Frag ich mich. Hat sie nicht. Hä? Gott Ja Ja, diese Mine hier scheint gut bevölkert zu sein mit Spinnen. Oh, das sind hier harte Spinnen, glaube ich. Die haben eine Aura irgendwie. Oder auch nicht. Wow, ich erkenne einfach gar nichts, was da ist. Weil die Spinnen so klein sind und die Höhle so dunkel ist. Gut, dass die hier eine Aura haben. Dass man die wenigstens hier vom Boden ein bisschen abhebt. Borghuvianischer Zweihänder. Schauen wir uns diesen borghuvianischen Zweihänder an. Erstmal hier den Krempel rüber tragen. Oh, sehr schön. Äh, what? Ist ja sogar noch besser. Ja, ich habe jetzt sogar wieder zwei Einhänderdinger. Aber die Waffe wird ihr gefallen. Die Waffe nicht. Die Waffe aber. So. Äh, neu anordnen. Dann schon kann ich hier ein weiteres Schwert. Weg mit dir. Was macht ihr denn hier? Was macht ihr denn hier? Die Waffe ist ja so, dass ich hier einbwhiteer Soldaten versuche. Diese Waffe nicht so. Seid. Ich bin hier einbueser. Ich bin hier einbueser, ich bin hier einbueser. Zwei getroffen. Ja, ein bisschen. Ich bin schon ein bisschen wieder eingespielt. Das geht jetzt schon wieder. Zack, ey. Füll echt nur DPS-Zeug. Fertigkeitspunkt. Da habe ich schon wieder drei Stück. Heftig. Ich würde mal sagen... Volle Wut habe ich eigentlich relativ oft, aber... Ob sich das lohnt? Also, diese Seite lohnt sich ja eigentlich schon. Also hier... Das hier... Ja, machen wir es so. Ähm... Hm... Ja, Itemglück brauche ich eigentlich nicht. Deswegen verteile ich alles hier drauf. Jetzt habe ich einfach Unmengen von Leben. Ja, dann würde ich sagen, das hier... Ich habe mal keinen Punkt. Wieso hat es denn geläustet? Na gut. Ab zur Förderstation... Ein Bohrwurm. Ein Bohrwurm. Ja... Ja, okay. Ja, machen wir. Alter, ich mache gar keinen Schaden an dem Ding. Ich würde aufhören an mir rumzuziehen. Ich würde aufhören an mir rumzuziehen. Ich würde... Ich würde... Dieses Geheimnis lüften und die... Spinnen zertreten hier... Dafür bin ich nicht hier. Engel... Alter! So kommen die. Ich mache kaum Schaden an dem Ding. 100 damage an dem ding gemacht gerade das hilft mir aber glaube ich nur nett was jetzt mit dem bohrwurm ist jetzt schwer gerne Autsch, doch schon viel Schaden, wenn der Wurm da macht. Ich schau mal, ob ich Erfahrungen überhaupt für die bekomme. Nö, bekomme ich nicht. Also lohnt sich das auch nicht, die hier. Na gut. Da ist die Spinne dran. Ich hab mir aber schon gedacht, dass das Ding nichts abschmeißt. Was bringen denn diese Kackmaschinen? So, jetzt hört mal auf an mir rumzuziehen hier. Ich will jetzt wissen, was das macht. Ah! Ah! Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Was das macht, das schaltet nämlich das Ding aus. Ist aber ganz schön nervig. Nee, der Boss gehört schon zu den nervigsten Gegnern, die ich so erlebt habe. Das hat's nur noch ein Tausender. So, beim nächsten Mal wird's down sein. Hoffe ich. Sonst muss ich's nochmal machen. Aber dann ist es down. Ja, das ist mein Schoen. Yes! No! Oh! Fuck you. Dadadadam dadadam. Ja. My father would only lecture me on my sloppy fighting stance. I know. But it felt like the right thing to say. Okay, die Quest habe ich durch. Jetzt habe ich irgendwie einen Skill gewonnen. Durch die Quest. Nehmen wir doch das. So. A what? A what? A ropeway conveyor that transports minerals to Borg over. We don't have to walk after all. Happy now? You can ride a minecart after all. Yay! Nein, scheiße auf diese Nebenquests, ey. My word. Is this Borg over? This is magnificent. In a very twisted way. Oh. But it used to be such a nice, gloomy, look it down. I think we can blame this on those scientists everyone keeps talking about. First we find your father's hideout. Then you make them pay. Jetzt sind wir irgendwie in dieser Industriestadt. Die Cutscene war ja mehr als unterdurchschnittlich, sagen wir mal. Die war nicht so schön. Aber stören wir uns nicht an solchen Kleinigkeiten. The lair is deep down in the ancient maze below the city. We should go to the underground tunnels. And we can? Let's go. Let's go. Let's go. Was hatte ich denn gerade für eine Waffe, dass ich so einen Bullshit-Schaden gemacht habe? Ja gut. Das ist okay für sie. Schicken sie ja mal in die Waffen sammeln. Ich kann sie nicht einkaufen schicken. Ja, okay. Gut zu wissen. Na gut, dann müssen wir hier ein bisschen... Oh, das Rattenvolk. Scarven. Lieb ich übrigens bei Warhammer. Das Scarvenvolk. Wenn ich irgendwann mal... Ups. Wenn ich irgendwann mal im Leben jetzt noch Warhammer spiele, sammle an Scarven. Heißen die überhaupt so oder Scarven? Immer die Scarven? Nee, ne? Deutsch ist glaube ich schon so richtig. Bin ich mir nicht mal so sicher. Was? Äh, wie wärs mit Hill hier? Ich stehe da nicht so blöd rum, ey. Ja. 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 Ja.